Hallöchen, der Ueligo hier wieder mit dem zweiten Let's Warm Up. Man hat gesehen, also ich hab gesehen direkt im ersten Versuch das Let's Warm Up für Yoshi Island, wie ihr seht. Was ich verdingend gelernt hab, laut und deutlich zu sprechen. Das hab ich extrem verkackt. Und die Steine Störung muss mich erst recht wieder gewöhnen. Mann. Komm schon, geht doch. So, ähm, ja, das hier ist das Spiel, das ich gegen den Schatten Let's battled habe. Und ich hab mir gedacht, es wäre doch mal eigentlich eine ganz nette Idee, das jetzt als Ohr abzuspielen. Oh mein Gott. Zu spielen. Das war das Level. Mit dem riesen fetten Ding an, wo man am besten ganz schnell vorweg rönt. Ja, laut, deutlich, sprechend, weil sonst hört man rein nichts. Ich hab's mir gerade angeguckt und einfach sofort wieder gelöscht. Ähm, so. Scheiße. Ja, da unten kam noch einer, das war klar. Hat man vielleicht den unten kurz gesehen? Ich kann ja aber warten, bis er kommt. Äh, er heißt ganz schnell rennen und springen und schrennen und springen. So. Dich saug ich mich im Allfall ein. Dich auch. Hier möchte ich viel Eier dabei haben. Wobei, mir fällt gerade auf. Verpiss dich. Das hier. Und, ja. Damit saug ich. Ich glaube, hier fahr ich immer so. So, ich bin es nachgegangen. So, so. Okay, da ist der Punkt. Verpiss dich, Junge. Richtig so. Und, da sind die. Und einfach direkt weiter. Ich werde also auch nur dieses eine Level spielen, weil es ja kein Let's Play sein sollte. Das ist dann einfach nur eine Heranführung an die Let's Play. Ah, die tut man cool. Genau. Geht man an Kinder. Nein, nein. So. Nein. Ich habe ihn noch abgeschossen. Ah. Nein. Danke. Stimmt, Junge. Und das ist auch nicht so. Ich habe eine Ansage. So. Ah, die kann ich nicht mehr überkommen. Komm schon. Nein. Nein. Ich hasse Schlamm. Ich hasse Schlamm. Oh mein, was ist das denn? Sterbt alle. Nee. Weil die angenehm sind. Hier gab es irgendwo einen Heli. Hier gab es irgendwo einen Heli. Hier gab es irgendwo einen Heli. Mal links. Nein, weiter rechts. Und hoch. Genau, was ich da. Da ist er Heli. Oh, der kommt jetzt nach links. Ich drück schon mal ganz, ganz weit nach links. Hoch, 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 hoch. Nein, hoch nochmal. Dann runter. Und dann rein im nationalen Fall. Gibt und... Ja, okay, das war's. Ich kann mich, wie gesagt, noch im... Nein. Keine Eier verschwenden. Hallo. Oh, na egal. Bisschen an den Level erinnern. Von ganz, ganz früher. Ich hab dieses Spiel geliebt. Und hier... Ugo, zieh. Jawohl. Ähm... Wie hab ich mit dem und mit der Videos geschossen? Ich weiß... Ah, genau. Sterbt alle. Sterbt alle. Sterbt alle. Nein, ich werd' gleich dann... Ach, schneller. Oh, genau. Das war das. Dieselbe er nicht abschießen. Die schon. Die auch. Die sowieso. Den da auch. Und wieder so einer. War klar. Nicht abschießen. Und weiter. Ich weiß gar nicht. Hatte ich mit solchen Leveln vorher Probleme? Autsch. Nein. Das ist dumm. Das ist dumm. Da muss ich noch dran kommen. Komm schon. Gut. Also ich weiß nicht, ich rede ich mit den Dingern saug. Probleme. Ich bin jetzt gerade ziemlich... Ich sage mal, human. Problem. Zurück. Und durch. So, wo ist das nächste Uhr? Wird den ganz erst mal den Gegner abschießen. Ach, der ist schon das Ende. Okay. Und attack. Da. Ich bin irgendwie zu doof dafür. Ich krieg das nicht abgefahren mit den Eier. So, da ist A. Oh mein Gott. Nein. Fickt es doch. Oh nein, nicht die Piranhas. Gib mir mein Baby. So. Und jawoll. Boah, und schnell durch. Ich meine, ich müsste noch... Äh, Froschi. Ich mag dich nicht. Wo war ich hier von mir? Und... Oh, juck. Da unten gab es aber, ich weiß nichts. Da unten aber schon. Und ganz schnell rund drauf, weil es unten an oben kommt. Ah genau, hier war die Tür. Und da rechts gab es nur diese Boote, wenn es die ganze Zeit wieder da ist. Das sieht mir wohl. Ich glaube, ich bin schon wieder zu leise. Ähm... Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut. Und... Ich denke mal nicht. Äh... Froschi. Fick dich. Fick dich. Fisch. Fick dich. Affe. Fickt euch. Komische... Blockdinger. Einfach durchflattern. Äh... Ja... Bonus-Spiel leider nicht. Hm... Gut. Sterne gehen, Münze gehen nicht. Blumen sowieso nicht. Oh mein Gott. Also der Score ist unterirdisch. Aber unabhängig davon. Das war dann das Level für das letzte... Was war es da? Genau, Warm-Up. Ich hätte doch ein Castle spielen können, Fable Cup so auf. Ne, egal. Das behalte ich mir dann eventuell von irgendwann mal. Und... Keine Ahnung. Bis zum dritten Warm-Up. Bis dahin. Tschö, tschö.